hallo zusammen das hier ist die black series edition von der firma klamer und zwar der sous vide stick und den stelle ich euch jetzt vor ja wie gesagt das ist der sous vide stick von der firma klamer der hat 1200 watt kann garen von 20 bis 95 grad hat einen feststell eine feststell spange quasi so eine schraube an der seite die ich am topf befestigen kann egal wie dünn also hier oder wie breit das passt echt perfekt hier sind hat man so viel platz aber eigentlich braucht man es nicht weil der topf ist ja immer relativ dünn ja da es bei mir so turbulent war als ich getestet habe kann ich euch gleich noch was erzählen dazu wie hinterher das fertige ergebnis war denn ich habe völlig in dem ganzen trubel verpasst die verpackung zu filmen als es fertig war aber in dem in der produktion und wie ich hier alles eingestellt habe da kann ich euch gerne mitnehmen und da zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was so ich habe ihn jetzt mal eingesteckt da gab es ein akustisches signal das piept dann einmal hier wie ihr seht kann man hier oben die gradzahl und hier unten die uhrzeit messen bzw die zeit die man einstellt wie man das fleisch garen will oder sein gemüse oder lachs oder garnelen was auch immer man machen möchte ich möchte heute roast beef machen also fleisch garen deswegen habe ich mir hier oben die gradzahl schon ausgesucht ich möchte das bei 55,5 haben und müsste jetzt quasi die Uhrzeit noch einstellen also die zeit die ich brauche wir machen das jetzt einfach mal wir gehen dann runter und piept es und ich möchte weil es so viel ist zehn stunden jetzt hat es neun stunden gemacht moment und gehe ich nochmal zurück so jetzt habe ich es eingestellt da musste ich auf dann wieder bestätigen und dann auf start da der stick jetzt noch nicht im wasser ist mache ich es natürlich noch nicht das kabel das wollte ich euch noch zeigen ist relativ lang also so kann ich es auch gut auf den boden stellen oder irgendwo in der küche wo ich dafür platz habe hier leuchtet dann dieser rote kreis dass ich weiß dass es an ist beim souvid garen immer darauf achten dass das wasser zwischen minimum und maximum steht also ungefähr hier ist immer ganz gut finde ich persönlich so dass das produkt auf jeden fall komplett überall bedeckt ist mit wasser das brauchen wir ja und dann den souvid stick rein fixieren das machen wir jetzt mal und dann lasse ich das gerät einfach starten und nehme ich dabei mal mit so ich habe jetzt hier mein souvid stick festgemacht an meinem behälter da ist das fleisch drin und auch mit wasser befüllt der topf sollte immer mindestens acht zentimeter tief sein damit man das fleisch oder was auch immer man machen möchte gut bedeckt ist so jetzt sehe ich das wasser hat schon 37 grad man sollte es auch immer mit lauwarmen wasser einfüllen ich möchte jetzt aber nur 54,5 vielleicht möchte ich doch nur 53,5 dann drücke ich hier auf hier unten damit es einmal piept hier gebe ich die stunden ein ich habe es bisher immer so gemacht dass ich die zeit genommen habe das ist so mein richtwert im moment und deswegen lasse ich das auch dabei so jetzt habe ich alles eingestellt es hat piep piep gemacht es muss mal dreimal piepen jetzt sehe ich dass er das noch aufheizt das wasser jetzt fängt er nämlich hier unten an zu blubbern und wenn er bereit ist dann ändert sich hier auch der ring der ist jetzt rot dass er an ist und bereit ist und sich aufheizt wenn er dann soweit ist färbt sich dann noch mal in einer anderen farbe das zeige ich euch dann wenn es soweit ist jetzt muss es erstmal ein bisschen garen so hier hat es jetzt gepiept das wollte ich euch zeigen er ist jetzt noch nicht ganz auf der gradzahl aber das schwankt immer so ein bisschen hin und her und jetzt ist es aber auf jeden fall blau ja wie ihr gesehen habt hat das alles super funktioniert die einstellungen waren top also das hat überhaupt gar kein problem gegeben ich konnte das super am topf befestigen ich konnte hier über mein meine einstellungs tool alles einstellen was ich wollte hoch runter alles fixieren die anzeige hier finde ich super gut weil die extrem groß ist und so kann ich auch von etwas weiter sehen ob da alles noch in ordnung ist auch das ist erst hier unten dieser kleine kreis rot leuchtet und dann blau wenn er sich fertig justiert hat bzw eingestellt hat das fand ich auch super es ist kinder leicht zu bedienen wirklich also das ist nicht dass man vorher stundenlang die bedienungsanleitung lesen muss sondern es erklärt sich eigentlich meist von selbst das hat alles super funktioniert also ich war total begeistert gerade auch die befestigung das hat super gehalten es hat nicht gewackelt das war wirklich gut der stick hier steht auch von selbst das ist auch immer so eine sache das macht auch nicht jeder also das finde ich wirklich gut dass er selbstständig stehen kann und nicht direkt umfällt er hat hier unten auch noch mal so einen schutz dran dann hat er hier auch wieder die anzeige minimal und maximale wasserbefüllung also in der mitte ist immer am besten eigentlich da kommt man ganz gut klar auch hier sollte die füllhöhe mindestens acht zentimeter sein weil das produkt immer mit ausreichend wasser einfach bedeckt sein muss das ist ganz wichtig ja und dann kommt man super klar mit dem gerät ja der klammer liegt preislich so bei 100 euro finde ich es völlig in ordnung für so einen sous vide stick also dafür dass man ihn überall mit hinnehmen kann das ist halt ein ganz praktisches gerät das habe ich schon oft gemacht dass ich meine sous vide sticks irgendwo mit hingenommen habe zu meinen eltern oder zu irgendeinem event oder wie auch immer wo man nochmal was aufwärmen musste und das hat oder halt auch gemüse gemacht hat das hat super funktioniert und ist immer total praktisch er nimmt nicht viel platz weg im schrank oder auch in der schublade also das finde ich auch ganz gut wie gesagt dieses tool hier finde ich gut dass man es perfekt festmachen kann an jeder an jeder wand des topfes oder des behälters weil der sich wirklich ganz klein drehen lässt und so schafft man ist dass er sich überall fest klemmt das ist wirklich sehr praktisch bei anderen ist das oft sehr wackelig aber der hier ist echt total fest und das ist wirklich schön dass der hier so ein bisschen hin und her wackelt ist aber auch richtig so und soll auch so sein damit er nicht dauerhaft festen kontakt hat damit er sich durch dieses blubbern noch ein bisschen bewegen kann im gefäß selbst er kann eigenständig stehen das finde ich super ich war total begeistert das fertige produkt war extrem gut das habe ich aber auch einfach von so einem sous vide stick erwartet ich habe ein roßbief gemacht das zeige ich euch jetzt mal hier leider ist es so gewesen dass es doch sehr turbulent war am tag der feier und ich einfach vergessen habe zu filmen wie ich es aus der verpackung genommen habe aber ihr seht ja das ergebnis war wirklich total toll ganz zartes fleisch genauso wie ich es haben wollte ich habe es noch mal kurz auf dem grill gewendet als es fertig war und das war total lecker und hat allen super gut geschmeckt ja ich kann nur sagen ich bin total zufrieden und es ist echt ein cooles produkt und kann ich weiterempfehlen also das ist wirklich ganz toll ja dann hoffe ich es hat euch gefallen und ihr wisst ja wie das funktioniert gerne abonnieren damit ihr hier nichts verpasst oder auch einfach ein like da lassen da würden wir uns darüber freuen falls ihr noch fragen habt einfach unten in die kommentare ja und ansonsten freue ich mich einfach bis wir uns das nächste mal wiedersehen tschüss